hallo und willkommen zum ersten anleitungsvideo wie arbeite ich mit freeplane freeplane ein mindmapping programm ist eine open source die man nicht nur auf dem computer installieren sondern auch portable auf seinen usb stick in die portable apps plattform integrieren kann so dass sie überall ausführbar ist und überall genutzt werden kann aber lange rede kurzer sinn ich habe hier also schon eine neue lehre mind map angelegt wir sehen hier mit diesem reiter mit diesem tab dann kann ich auch mal schließen das ist die standard mind map die hier integriert wird und die uns auch mal demonstriert wie leistungsfähig portable apps äh portable apps sag ich doch freeplane eigentlich ist diese möglichkeiten habe ich also solche mind maps kann ich erstellen das ist eine ganz grundlegende mind map wie wir sie vielleicht schon kennen aber lange rede kurzer sind neue mind map wir erhalten einen wurzelknoten wollen heute nur eine ganz kleine mind map machen doppelklick oder f2 beide starten den editier modus in dem ich den inhalt der knoten ändern kann mein erste mind map soll dem eva prinzip gewidmet sein da habe ich also schon einen namen für mein wurzelknoten mit der einfügen taste oder hier oben bei format neuer knoten bearbeiten neuer knoten kann ich hier also diverse knoten einfügen diverse knoten arten auf die auf die angabe der taste einen neuen knoten geschwister knoten unterhalb fügen wir mit der eingabentaste ein oberhalb drücken wir zusätzlich die umschalttaste einen übergeordneten knoten kann man einfügen mit umschalt einfügen ja einen freien knoten der also völlig losgelöst von von der mind map ist und knoten gruppieren dazu müsste man eine auswahl von knoten treffen das schauen wir uns später an also einen unterknoten nach dem aktuellen knoten mit der einfügen taste mit der entfernen taste entschuldigung mit der escape taste kann ich das rückgängig entfernen jetzt kann ich das rückgängig machen einfügen kann ich einen neuen unterknoten machen eingabe geräte oder nennen wir es nur eingabe wenn die mind map zu klein wird steuerung gedrückt halten mausrad nach vorn drehen dann kann man sich das etwas zoomen mit der enter taste eingabe taste kann ich jetzt einen geschwister knoten anlegen mit der enter taste schließe ich das ab mit der taste f2 bitte alles ausprobieren komme ich wieder in den bearbeiten modus dazu muss ich nicht doppelklicken die taste f2 reicht dazu aus mit der enter taste schließe ich das ganze ab wieder die enter taste und ich bekomme einen geschwister knoten danach dann gebe ich jetzt mal ein eingabe verarbeitung ausgabe drückt die enter taste und habe einen neuen knoten jetzt möchte ich noch einen geschwister knoten davor halte also die großbuchstabentaste die umschalttaste gedrückt und drückt die enter taste dann fügt er mir hier davor einen entsprechenden knoten ein weil nämlich die speicherung noch zum eva prinzip gehört beziehungsweise die speicherung ist natürlich sehr eng verbunden mit der verarbeitung übrigens empfehle ich jetzt an dieser stelle nicht hier wer also auf dieses symbol gestoßen ist mit der maus jetzt schon die knoten irgendwie anders anzuordnen weil dann ständig nur von hand noch weiter gerückt werden muss das sollte man sich also ersparen das system verteilt die knoten sehr schön übrigens wenn man das schon gemacht hat kann man hier unter bearbeiten position zurücksetzen den markierten knoten der ja immer blau umrandet ist wieder in diesen fluss bringen ja wenn ich jetzt zum beispiel die eingabe auf die andere seite haben möchte linke maustaste gedrückt halten wir sehen diese grauen position aha jetzt wird das links angehängt zack das funktioniert auch mit der taste ich halte die taste steuerung gedrückt und nimmt die pfeil links taste pfeil oben taste pfeil unten taste pfeil rechts bei gedrückter taste steuerung kann ich hier also sehr schön und leicht die anordnung verändern mit den cursor tasten kann ich schnell durch meine mind map wandern kann einen entsprechenden knoten auswählen so hätten wir also schon eine einfache mind map ich drücke wieder die einfügen taste eingabe geräte sind zum beispiel die tastatur oder die maus oder das mikrofon für die eingabe von sound von audio daten und so kann man also jetzt hier entsprechend verfahren weitere unterknoten erstellen nach dem prinzip der vervollständigung und dem mind mapping prinzip wir sehen also sehr schön wie die begriffe im zusammenhang stehen hier verarbeitung dazu gehört also unbedingt als beispiel als gerät der mikro prozessor oder auch ein grafik grafik controller und andere könnte ich jetzt zum beispiel mit dem symbol punkt 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 symbolisieren ich schließe die eingabe immer mit der enter taste ab zur speicherung noch ein beispiel also der random access memory ja oder auch arbeitsspeicher das prozessor ist jetzt stelle ich fest ich habe einen oberknoten vergessen steuerung enter steuerung einfügen behebt das problem warum tut es das nicht gehen wir auf bearbeiten neuer knoten oberknoten davor dann setzte mit den oberknoten vor alle das ist natürlich wenig sinnvoll an dieser stelle unbedingt aufpassen hier oben gibt es das rückgängig machen da kann ich also wenn mir etwas aus dem router läuft wenn was passiert was ich nicht wollte leicht wieder meinen ursprungszustand herstellen hier sehe ich auch für das rückgängig machen mit welcher taste das geht nämlich mit steuerung z habe ich zu viel rückgängig gemacht kann ich mit steuerung y das ursprüngliche aussehen wieder herstellen ja so viel erst mal dazu ich mache also jetzt hier einen unterknoten mit der einfügen taste und sage flüchtiger speicher das ist eine kategorie und zum flüchtigen speicher gehört der ram den hänge ich jetzt hier einfach hinten an indem ich ihn umsortiere steuerung mausrad nach hinten und ich kann also wieder zu mir und sehe jetzt hier meine mindmap sehr schön im überblick also noch mal ganz kurz wurzelknoten die kanten oder wie sie hier unter format auch bezeichnet werden einfach als linien können also hier entsprechend gestaltet werden noch dazu kommen wir in einem der nächsten videos zunächst sollte man sich darauf konzentrieren einfach nur mal begriffe in den zusammenhang zu setzen und ordentliche mind maps zu kreieren und so ordentlich gehört natürlich auch dass man sie entsprechend so verteilt dass sie auf einem quer gedruckten blatt ordentlich zu sehen sind so viel zu diesem anleitungs video im nächsten dann geht es um die gestaltung einer mind map a 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